Die Zahnmedizin hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und Innovationen pragen zunehmend die Branche. In diesem Video werden wir uns mit der Zukunft der Zahnmedizin beschereftigen und einen Blick auf die neuesten Entwicklungen und Technologien werfen. 1. Digitale Technologien und 3D-Druck in der Zahnmedizin Die Digitalisierung hat auch vor der Zahnmedizin nicht Halt gemacht. Immer mehr Zahnerärzte setzen auf digitale Technologien wie CAD, CAM-Systeme und 3D-Druck, um präzisere und effizientere Behandlungen durchzuvereinviertelern. Mit Hilfe von 3D-Scannern kann den Zahnärzte heute präzise Modelle der Zahnmedizin erstellen und individuelle Zahnersatzteile wie Kronen und Bra-1-Viertel-Zeten herstellen. Dies ärmer glicht eine schnellere und genauere Behandlung FA-1-Viertel-R die Patienten. 2. Lasertherapie und minimalinvasive Behandlungen Ein weiterer Trend in der Zahnmedizin ist die Verwendung von Lasern zur Behandlung von Caris, Parodontitis und anderen Zahnproblemen. Lasertherapie ärmer glicht präzise und schmerzfreie Eingriffe, die schneller heilen und weniger postoperative Beschwerden verursachen. Darer ein Viertel BER hinaus wird auch vermehrt auf minimalinvasive Behandlungen gesetzt, bei denen maglichst wenig gesundes Zahnmaterial entfernt wird. Dies trage Tee nicht nur zur Erhaltung der nataleinviertelrischen Zahnsubstanz bei, sondern reduziert auch das Risiko von Komplikationen. 3. K-1-Viertel in estliche Intelligenz und Machine Learning in der Diagnostik Ein vielversprechender Bereich in der Zahnmedizin ist die Verwendung von K-1-Viertel in estlicher Intelligenz und Machine Learning in der Diagnostik von Zahnproblemen. Mit Hilfe von Algorithmen und Computermodellen kann den Zahnerärzte heute präzise Diagnosen erstellen und individuelle Behandlungsplane entwickeln. Diese Technologien helfen dabei, fra ein Viertelherkennung von Krankheiten zu verbessern und die Behandlungsergebnisse zu optimieren. 4. Telemedizin und virtuelle Konsultationen In Zeiten von Covid-19 gewinnt auch die Telemedizin in der Zahnmedizin an Bedeutung. Immer mehr Zahnärzte bieten virtuelle Konsultationen und Fernbehandlungen an, um Patienten auch aus der Ferne zu betreuen. Dies ärmerlicht eine schnellere und bequemere Kommunikation zwischen Zahnarzt und Patient und Tragetee dazu bei, den Zugang zu zahnarztlicher Versorgung zu verbessern. 5. Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Zahnmedizin Ein weiterer wichtiger Trend in der Zahnmedizin ist die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz. Immer mehr Zahnarztpraxen setzen auf umweltfreundliche Materialien und Praktiken, um ihren arkologischen Vorjabdruck zu reduzieren. Von der Verwendung von biologisch abbaubaren Materialien bis zur Reduzierung von Abfall und Energieverbrauch gibt es viele Möglichkeiten, um nachhaltiger zu arbeiten und die Umwelt zu schonen. Insgesamt zeigt sich, dass die Zukunft der Zahnmedizin von Innovationen Gepragetee ist. Digitale Technologien, Lasertherapie, K1 Vierteln, ästliche Intelligenz, Telemedizin und Nachhaltigkeit werden die Branche in den kommenden Jahren maigiblich verändern und verbessern. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich diese Entwicklungen weiterentwickeln und welche neuen Technologien und Trends in der Zahnmedizin Einzug halten werden.